Jetzt geht die Strasse darauf, Richtung Wasserfall. Hier ist die Signalisierung für den Wanderweg. Es ist auch der Jakobs-Bilgerweg hier und der Geoweg. Hier sind wir durchgehalten, 660 Meter. Im Hintergrund ist der Weg, wo man von Wattbühlen herunterlaufen kann, zum Wasserfall und zur Eiburg. Hier geht der Weg, die Stegen runter, auf dem Weg zum Wasserfall. Hier ist der Platz, wo man grillen kann. Hier ist das Dach, wo man drunter sitzen kann und Tisch und Bänke. Da vorne ist der Grill und zu grauem Wasser hat es hier. Hier ist das Dach. 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 Musik 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 Musik